So, dann quetschen wir da zwischen die hölzernen Elefanten von Afrika. Das ist so dünn, das kann es nicht mehr fallen. So, es gibt die Auszeichnung und es gibt die ausgezeichnete Auszeichnung und auf Schwedisch heißt das, ich glaube, Hütmorning, nein, Hütmerkt, Hütmorning. Das ist eine ausgezeichnete Auszeichnung oder eine Hütmerkning, Hütmerken. Also, naja, man muss das wie Samtpfoten angreifen, das finde ich, ist ja so dünn, dass man es ja nicht mal angreifen kann. So ist es.